Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über das Thema Gewissen sprechen. Ich habe nämlich eben gerade eine Anfrage bekommen. Ich bekam eine Anfrage von einer Firma, die wollte, dass ich ihre Tester-Plattform teste. Und die Firma bot mir 1000 Euro für ein einziges Video. Das heißt, die wollten einfach, dass ich mir die Plattform anschaue, dass ich die mal so ein bisschen teste, dass ich euch erzähle, dass ihr euch dort unbedingt anmelden müsst, weil die ja so toll ist und weil ihr über diese Plattform sehr, sehr viel Geld verdienen werdet, euch ein Taschengeld aufbauen könnt und so weiter und so fort. Und dafür hätten sie mir halt 1000 Euro pro Video gegeben. Für jedes weitere Video hätten sie höchstwahrscheinlich 500 Euro gezahlt. Ich hatte aber jetzt den Auftrag von 1000 Euro für ein einziges 10 Minuten langes Video vorliegen. Ich habe den Auftrag aber abgelehnt. Woran genau lag das? Ich habe folgendes Problem mit sehr vielen Unternehmern und übrigens auch mit sehr vielen YouTubern. Ich hoffe, dass ihr vielleicht das auch ähnlich seht und dass ihr mir vertraut. Nämlich viele YouTuber hätten sicherlich gesagt, was 1000 Euro für ein einziges Video? Na klar mache ich das. Egal, was ich da vorstelle, ich knall das einfach auf den Kanal drauf und wenn ihr durch irgendeinen Schaden nehmt, naja, ich habe mir halt meine 1000 Euro eingesagt. Ich denke, viele Leute würden tatsächlich so handeln. Weil nochmal, auch für mich, 1000 Euro ist nicht wenig Geld. Und schon gar nicht für ein 10 Minuten langes Video. Ich bin mir sehr sicher, weil ich übrigens diese Plattform jetzt nicht nennen werde, aber ich habe auch übrigens schon auf YouTube geguckt. Es gibt andere Leute, die eine relativ ähnliche Reichweite zu mir haben, die diese Videos schon abgedreht haben, die sie gepostet haben und ich gehe mal davon aus, dass diese Leute auch 1000 Euro pro Video erhalten haben. Ich glaube aber ganz ehrlich, und das ist hier der springende Punkt, dass ich A, nicht für Plattformen stehe, die euch das Geld aus den Taschen ziehen und das ist praktisch eine von diesen Plattformen gewesen. Und vor allen Dingen möchte ich folgendes, nämlich ich möchte, dass ihr mir vertraut. Diesen Kanal hier habe ich nicht erstellt, um 1000 Euro Videos zu machen. Natürlich, wenn ich eines Tages mal gesponsert wäre von einer Plattform, von der ich überzeugt bin, wo ich sage, die haben ein tolles Produkt, wie zum Beispiel bei Printful, die haben mich gesponsert oder zum Beispiel bei anderen YouTube Kanälen, die ich manchmal hier Shoutoute, wo ich sage, geht mal zu denen, abonniert den Kanal. Da, wie gesagt, bin ich überzeugt. Da sage ich, das sind gute Tools, das sind gute Kanäle, die ich euch sehr empfehlen kann. Bloß, wenn beispielsweise solche Leute auf mich zukommen und von mir ein Video wollen und zum Beispiel dafür 1000 Euro zahlen möchten, dann, wie gesagt, sage ich nein, auch wenn mich das Tausende von Euro höchstwahrscheinlich im Long Term kostet, weil ich hoffe, dass ich so ein bisschen der Fels in der Brandung für euch sein kann. Also praktisch eine Person, der ihr vertrauen könnt und die einfach euer Online-Partner im Bereich Business ist. Weil nochmal, ich glaube, dass bei vielen anderen YouTubern, ohne jetzt irgendjemandem schlecht zu reden, vielleicht dieses Gewissen nicht unbedingt da ist und sie einfach halt nur ihren eigenen Vorteil in den Videos sehen. Nochmal, um den weiten Bogen zu schlagen, auf den Punkt zurückzukommen, ich mache diesen Kanal hier nicht für mich, ich mache diesen Kanal für euch. Natürlich freue ich mich, wenn ich gesponsert werde, wenn ich extra Geld mit diesem Kanal verdiene, bloß das A und O ist halt, dass ich euch mehr Wert biete. Genau deswegen kann ich euch jetzt auch schon mal folgendes Versprechen geben. Jedes Video, das ich hier auf diesem Kanal publiziere, jedes Tool, das ich vorstelle, von diesen Tools bin ich überzeugt. Ich bin sicherlich auch nicht perfekt, bloß ich versuche natürlich immer, mir eine objektive Meinung zu bilden und wenn ich etwas sehe, das interessant aussieht, beziehungsweise, dass ich es selbst getestet habe, das gut funktioniert, dass euch gutes Geld einbringen kann, wenn all diese Dinge stimmen, beziehungsweise einfach die grundlegenden Faktoren stimmen, dann, wie gesagt, stelle ich so ein Tool vor. Bloß, wenn einfach mir irgendeine Plattform nur sehr, sehr viel Geld für irgendeinen Quatsch, sage ich jetzt mal, zahlt und ich euch irgendein Tool vorstellen muss, von dem ich nicht überzeugt bin und das euch höchstwahrscheinlich Geld aus den Taschen zieht, dann, wie gesagt, ja, sowas werde ich nicht tun. Das ist auch nochmal vielleicht ein kleiner Appell an dich, nämlich gerade, wenn du halt unternehmerisch startest, wird es einige Leute kommen, die auf dich zukommen und die vielleicht gute Angebote haben. Bloß gerade die Leute, die vielleicht Angebote haben, die zu gut sind, um wahr zu sein, vor diesen Leuten soll man sich so ein bisschen fernhalten. Weil nochmal, es ist natürlich nicht ökonomisch, auf einem Kanal, wo vielleicht 200, 300 Leute am Tag die Videos gucken, ein Video drauf zu tun und dafür 1000 Euro zu zahlen. Das heißt, A, die müssen halt irre viel Geld mit euch machen oder die sind einfach vielleicht etwas dämlich und geben 1000 Euro für etwas aus, was sich nicht lohnt. Und glaubt mir, diese Leute sind nicht dämlich. Das heißt, ihr könnt immer davon ausgehen, wenn ihr auch beispielsweise einen YouTube-Kanal startet und es kommen Leute auf euch zu, die viel, viel Geld euch zahlen wollen, für eine kleine Sache, von denen, wo es vielleicht scheint, dass die gar nichts davon haben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie etwas davon haben und dass sie möglicherweise den Kunden abziehen bzw. den Kunden betrügen. Nochmal, als Unternehmer sollte man meines Erachtens auch ein Gewissen haben. Es ist schön, Geld zu verdienen, bloß der Mehrwert sollte immer im Vordergrund stehen und vor allen Dingen solltest du natürlich auch als Unternehmer dir selbst ins Gesicht schauen können. Nämlich, wenn ich euch Dinge geben würde, Dinge promoten würde hier auf diesem Kanal, die nichts wert sind, die ich aus Geld aus den Taschen ziehen, dann würde ich höchstwahrscheinlich nicht ruhig schlafen können. Das meine ich wirklich ernst. Und ich meine das übrigens auch nicht nur sprichwörtlich, ich meine das tatsächlich in Wirklichkeit so. Nämlich, wenn zum Beispiel ich jetzt wüsste, dass ihr jeden Tag durch das, was ich euch zeige, Geld verlieren würdet oder einfach gar kein Geld machen würdet, dann würde mich das sehr traurig machen. Und genau deswegen freue ich mich auch immer, wenn ihr ehrlich zu mir seid. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe das und das getestet und das hat nicht funktioniert. Oder zum Beispiel, ich habe beispielsweise Udemy-Kurse hochgeladen und habe da Geld verdient. Oder ich habe mit Kindle begonnen. Oder ich habe ein Icon-Business aufgebaut. Und so weiter und so fort. Ich lebe von eurer Kritik, aber natürlich auch von den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Deswegen seid immer offen und ehrlich mit mir. Ich bin immer offen und ehrlich mit euch. Ich hoffe, dass ihr grundsätzlich einfach in mir vielleicht eine Person seht, der ihr vertrauen könnt. Und dieses Vertrauen, wie gesagt, möchte ich immer erwidern. Und genau deswegen mache ich die Videos, die ich hier auf diesem Kanal publiziere. Ich mache sie nicht wegen mir, ich mache sie wegen euch. Deswegen, falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentarsektion. Ich bin immer für euch da. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann, wie gesagt, bin ich jederzeit an eurer Seite. Aber gut, das, wie gesagt, war es heute rund ums Thema Gewissen, rund ums Thema Moral. Ich habe sehr große Freude daran, Geld zu verdienen. Bloß, wie gesagt, es gibt definitiv auch Grenzen. Und ich hoffe, dass ich dir vielleicht mit diesem Video auch ein bisschen die Augen geöffnet habe, was für Leute vielleicht auf deiner Reise an dich herantreten werden und was sie möglicherweise von dir wollen. Und lass mir dir Folgendes sagen, nämlich ist es oft nicht unbedingt was Gutes. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.